hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von fallout 4 mal gucken wir mal den sendeturm terminal hier benutzen können aktivieren so sehr gut haben auch schon mal erledigt radarfunksignal bevölkerungswarnungssignal und notsignal ok müssen wir auch nochmal gucken jetzt will ich aber erstmal den dudes hier helfen wo sind denn die das machen wir jetzt zuerst da unten nö nö radarfunksignal verloren das ist ok ich bin ja gerade auf einer rettung oder hilfsmission da müssen wir auch nochmal reingucken hilfsmission hat dann vielleicht auch den vorteil da können wir dass die nochmal eine werkbank haben wo wir mal wieder ein bisschen zeugs loswerden können das wäre ja auch von vorteil so das müsste hier irgendwo sein hier waren wir doch schon oh supermuntant das wird das wird ein spaß so noch einer ich wollte mich nur mal kurz vorstellen wir wollen irgendwo ein neues leben ok soll ich irgendwas bestimmtes machen ich bin bereit überall mit anzupacken hoppala schießt du nicht auf mich und zurück verdammt ich wollte doch nicht schießen so ich wollte dich nicht beschießen sorry du bist gerade noch rechtzeitig gekommen ja danke ich hasse super muttern was wollten sie was wollten sie hast du mal ein super mutanten lager gesehen die sind nur auf nahrung aus und damit sind wir gemeint ok vielen dank für deine hilfe ich helfe gern dein timing war perfekt wer weiß was uns ohne dich hier zugestoßen wäre so jetzt kann man die auf jeden fall nutzen so gesamten schrott lagern äh muss ich mal gucken was da sonst noch alles wir haben 286 kilo die nutze ich eigentlich gar nicht raketen werfen wir die raketen überhaupt die tun wir mal rüber die tun wir mal rüber äh so den kann ich tragen weil der wiegt nix dann können wir vielleicht noch mal irgendwann reparieren sonst habe ich eh nichts mehr an kleidung oder doch die metall rüstungen äh äh hm diverses munition doch raketen haben wir die wiegen auch nix okay äh kurz zuhörst ich muss gerade mal aufgepasst alles nehmen ja ich wollte ja nein so gesamten schrott tun wir mal rüber die kann da rüber die kann da rüber die kann rüber der schlagring kann rüber äh die gamma kann und ne die brauchen wir der billiard kühl muss ich den dabei haben oder also denn wiegt immerhin ein kilo ne mhm oder wie hilft es nur wenn ich den den hub ausgerüstet also wahrscheinlich muss ich den nutzen ne dass das wirkt das wirkt im repetier scharfschützen gewehr das hatte ich glaube ich nicht ausgerüstet die auch nicht den auch nicht das nicht raketenwerfer 28 raketen haben wir die tun wir mal rüber so was haben wir denn noch alles dabei Kleidung Hunde als Band Lederkombi okay mhm 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 so den Valtektor so ich behalte ihn mal dabei ne immer noch 282 Kilo. Haben wir so viel an Essen und sowas dabei? Köterkeulen. Allein schon neun. Medex, Melonen. Die können wir mal rüber tun. Luca-Cherry. Hm. Stechflügler-Filet. Aus Fleisch können wir mal rüber tun. Und Braten behalten wir. Was schleppe ich denn da alles mit? Das ist echt. Hm. Da weiß ich gar nicht, wofür ich den Glück plus 3 Scharstärke minus 2. Lassen wir mal hier. Lassen wir auch mal hier. Stärke 3. Ausdauer plus 3. Maximal TP plus 65. War. Hm. Hm. Börben brauchen wir nicht dabei. Gläfliegenfleisch. Können wir auch mal wegtun. Blutpaket. Mach TP. Blutkäferfleisch. Das können wir auch mal wegtun. Minus 30 TP. Achso, das ist mal mit den anderen damit stechen, ne? Ich lass es mal weg. Ich lass es mal weg. Jetboost erhöht. Jetboost erhöht Aktionspunkte. Regenerationspunkte. Lassen wir auch mal hier. Zeitlupe für 10 Sekunden. Jet? Okay. Hm. Schadensresistenz plus 25. Gift widerstehen plus 250. Mennertz int war. Packen wir mal rüber. Paxspritzer. Beruhigt das Ziel für 30 Sekunden. Nutze ich eh nicht. Radx-Strahlung widerstehen. Den. Das könnten wir ab und zu mal nutzen, ne? Stealthboy. Was machen wir damit? Stimpack habe ich 42. Das ist gut. Excel. Hm. Okay. Man hört nur das Summen meines atomaren Antriebs. So. Hier waren wir schon mal gewesen und haben bereinigt. Ah, da hinten können wir noch. Mitten neben. Sehr gut. So. Wagen wir uns jetzt noch mal an die Dingsstation. Kann ich den von hier aus? Oh. 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 Was aktivieren wir mit dem Knopf? Oh. Okay. Laserpistole. Was sind die Gunnar? Dann lassen wir uns mal hochfahren, würde ich sagen, ne? Gucken wir mal, was da ist. Oh. Ich hätte vorher laden sollen. Okay. Oh. joining. Oh. 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 I made it Titans happen. Nö, nö. So. So. Keine Elektronik von dem Geschützturm. Fusionszelle, Rödlampe. Den nehmen wir mal mit. Patronen. Bergbauhelm. Den brauchen wir eher nicht. Waffenfabrik. Schwer-Impro-Repetiergewehr. War das die einzige hier? Oh, könnten kochen. Ah, scheint die einzige hier gewesen zu sein. Da hinten ist noch was. Kommen wir da hin? Da kommen wir hin, auch wenn ich hier eigentlich nicht drüber laufen würde, wenn es real life wäre. Das ist ein Auto. Okay. Ich dachte, das wäre noch ein... eine Station oder irgendwie sowas. Oh. Vermissen Sie die gute alte Zeit, Mann? Ja, manchmal schon. Manchmal durchaus kotze was. So. Ich dachte, hier oben wäre mehr, aber... Also ein Autoreifen... Ist leider nicht. Na gut. Hä? Was ist das? Gehe der Funk-Nachrichten nach. Auf Karte anzeigen. Das ist da unten. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich will. Rein das Plaza müssen wir noch reinigen. Sprechen jetzt mit den Siedlern bei der Oberlandstation. Das machen wir. So. Auf Karte anzeigen. Ach so, das war das Problem hier. Okay, dann sprechen wir mit den Siedlern. Easy. Machen wir. Hoppala. Falsche Taste. Nein, nicht aussteigen. Nicht aussteigen, Mädchen. Bitte wieder rein. So. Müsst ihr nochmal gucken, ob wir unsere Dings nochmal wieder reparieren müssen können. Aber das schauen wir mal. Wollen wir unterwegs das finden zum Reparieren. Oh, was ist das? Waffenfabrik. Waffenfabrik. Das sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Was gehört? Ich bin nicht so auf dem Laufenden. Die Kranken und Verletzten lassen mir kaum Zeit für was anderes. Aber wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Okay. Kein Interesse grad. Jetzt gerade nicht. Okay. Entschuldige mich. Die sieht nicht mehr so ganz fit aus. Instant-Püree. Instant-Püree. Koch-Station. Nehmen wir halt die ganze Zeit Rad auf, ne? Klebeband. Klebeband. Müssen wir gleich mal Rad X nehmen. Karotte. Blechdose. Und Klebeband nehmen wir auch noch mit. Äh, Rad Away müssen wir nehmen. Genau. Nicht Rad X. Rad Away. Und zwar dringend. So. Und dann kann man noch ein Häppchen essen. Äh, Lego anbissen. Ne, den nicht. Köterkeule. Erstmal ein, zwei Köterkeulchen. Das ist auch schon mal kein Fehler. Ah, die eine reicht sogar. Sehr gut. Die eine hat völlig gereicht. Dann nehmen wir auch mal mit. Oh. Der lebte ja noch. Sah gar nicht danach aus. Aber das täuscht halt gern mal, ne? Das täuscht. So, wir müssen zur Oberlandstation. Oh, hier ist ein... Teich im Weg. Können da über die Brücke. Können da über die Brücke. Ja. Ja, wir müssen da über die Brücke. Gut. Machen wir das. Eisenbahnbrücke. Eisenbahnbrücke ist ja auch kein Fehler. Hubblumen nehmen wir natürlich mit. Ich weiß gar nicht, wofür wir die brauchen, aber... Was wir haben, haben wir, ne? Die Frage gehen wir noch bei der Oberlandstation, äh, bei der Dingsstation hier vorbei. Ich glaube, wir gehen erst mal nach... Nach Dings City. Bei dem Dings... Wow. Sind hier Eisenbahnen gefahren? Oder ist das hier irgendwie... War da ein Erdrutsch? Weil da hoch, das schaffen die ja nur mit Anlauf. Oder war da mal ein Tunnel oder sowas? Komme ich da vorbei? Ja, kommen wir. Da ist wieder ein Köter. Machen wir es ja direkt platt. Entschuldigung, Kotzwers. Ich wollte dich nicht... Wollte dich nicht schlagen. So, Oberlandstation ist dort. Könnte aber mal hier hingehen, dass wir das zumindest entdeckt haben. Falls wir das nicht schon haben. Nee, hatten wir noch nicht. Okay. Brauerei. Wir müssen zu Oberlandstationen mit den Dudes dort reden. Ist das die hier? Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Was ist los? Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Okay. Wie viele? Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es drei. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Okay. Dann... Gucken wir mal. Raider-Problem. Tötet du Raider in Backstreet Apparel. Wo ist das? Ach, da unten. Schon wieder in der Stadt. Wir kommen wohl nicht drumherum, ne? Dann müssen wir halt da hin. Müssen wir hin. Äh... Ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg, die Raider zu vernichten. Könnte ich noch... Ne, einen Kochtopf nehmen wir mal mit. Gibt Stahl. Und Stahl ist wichtig und richtig. Wer liegt denn hier rum? Patronen. Hast du für eine Rüstung? Käfigrüstung. Okay. Lass ich trotzdem mal da. Den kann ich nicht mitnehmen, ne? Ne. Ne, ne, ne. Ja. 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 Was haben wir hier? Schädel ohne Kiefer. Blechdosen. Die können wir immer mal gebrauchen. Ja, so Unterstände, die leider nicht wirklich gewirkt haben, ne? Ne. 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 Super Mutanten. Den gehen wir gerade mal aus dem Weg. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank.